so ihr leute hallo und herzlich kommen zum dritten part und seo ein neuer modus ist draußen unser team bin ich gestorben aber ich würde sagen es geht direkt weiter und vorher auch capture vielleicht so habe ich auch kein video gemacht aber jetzt mal zu team mode auf jeden fall vielleicht wissen die wenigsten von euch dass ich jetzt die themen videos machen möchte aber dass ihr gilt nicht zum themen videos so kacke ich sterbe die andauernd hier eigentlich bin ich ja noch ganz gut muss ich wohl wieder einspielen aber die themen videos wenn er mit spitz betrun gameplay gefüllt und nicht okay komisch neister ja tippel schön ist wenn ich zweiter platz jetzt habe ich einen lauf come on eck come on twitch nice skin baba und wir auch jetzt wieder unito ist finde ich erster platz schön die punkte nice habe ich habe ich krass wieder so jetzt habe ich einen schönen lauf 13 kilos so kann man das auf jeden fall zeigen wenn ich jetzt wieder eingespielt hier werde ich von lukun saiyon io spielen eines der weiteren spiel in denen ich noch was drauf habe oder eigentlich oder öfter mal was drauf habe weil ich habe ja nicht so viel in spiel wirklich viel skill außerdem splatoon ein bisschen und gut sei auch was man vielleicht sehen kann muss man hier nur ein bisschen einspielen auch in splatoon eigentlich den streams starte ich meistens uneingespielt was da auch den skill faktor sehr niedrig stellt so schon so von sich aus okay auf jeden fall am nächsten schön lauf was nice ist weil es könnten vielleicht manche leute vom kanal vorbeischauen 20 kills ist eine gute runde eine gute sache aber ich hätte eigentlich mal einen höheren record das nur gescreenshottet die screenshots habe ich nicht mehr deswegen von mir aus müsst ihr mir nicht glauben die einzige high kill record runde die ich abgespeichert habe ist 53 kills oder so aber ich hatte mal 70 glaube ich sogar schon aber ich kann es euch nicht verweisen bin mir auch selber nicht mehr sicher also den müssten wir nicht glauben ich kann ja auch richtig gut lügen eigentlich einfach mich schön zu reden aber mal sehen wie die runde denn so ausgeht aber Timo spiele ich auch öfter mal wieder einfach weil ich da mein team durchcarrieren möchte aber als ich das mal eher aktiv gespielt habe dann war es das mit diesem video und bis zum nächsten mal tschüss so 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 so